Servus Leute, heute mal die Argento Hanami Batterie. Das ist eine Kaliber 25, 10 Schuss Batterie mit 138 Gramm NEM. Wo ich die her habe, weiß ich inzwischen nicht mehr. Ich glaube vom Lagerverkauf oder sowas. Aber es war irgendwas um die 10 Euro. Verwechselt sich auch nicht die Ersatzzünsche und es hat das Finale am Anfang. Ich weiß ja immer, dass die Super-Thema ist, und die Kürze ist ja falsch. Ja, weil's, weh, was die da auszuschießen, als die kleinen Batterien, vor allem für den Preis. Wieder mal ein super Funkeartikel, aber das war es auch schon wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal und Servus!